Hallo und herzlich willkommen wieder zum Video. Ich habe mir jetzt mal überlegt, dass ich mal kurz so ein bisschen so das Jahr will ich jetzt mal nicht sagen, aber so ein bisschen so mal gucken, was haben wir jetzt bisher geschafft dieses Jahr. Aber was wir geschafft haben sind unsere 70 Abonnenten. Die haben wir jetzt auch erstmal geschafft. 11.000 Aufrufe aktuell. Das sieht auch erstmal planmäßig so gut aus. Das ist auch 11.000 Aufrufe halt. Aber 70 Abonnenten ist doch schon mal relativ viel. Aktuell bin ich dabei am Hochladen wie so ein Bekloppten. Wie ihr es ja hier seht, ich lade aktuell gerade wieder hoch. Das sind alles schon mal Formel 1 Videos, die ich vorbereitet habe. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Formel 1 Videos sind schon hochgeladen. Ein Umsehvideo lade ich gerade hoch. Ich habe noch zwei Formel 1 Videos vorbereitet, die müssen noch hochgeladen werden. Also ich habe schon ein bisschen vorbereitet. Das wird jetzt auch in den letzten paar freien Tagen, wo ich noch Zeit habe, auch erstmal so weitergehen, dass ich aufnehme. Die Qualität aktuell ist bei den Formel 1 Videos, na bei den letzten beiden, die sind aktuell noch nicht oben. 10 und 11 müssten das sein. Oder 11, 12, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hier so erstmal 05 Deutschland, das geht sogar ehrlich gesagt noch. Shanghai geht auch noch. Aber ab hier, das ist so alles mit OBS aufgenommen worden. Das wie ich auch hier gerade aktuell aufnehme, also mit dem Programm gerade, wenn ihr das seht. Ne, seht ihr nicht. Wenn ich das so da reinziehe, müsstet ihr es sehen. So aktuell OBS-Technisch, da nehme ich aktuell mit auf und, ja gut, es ist halt OBS-Technisch, es ist halt noch nicht ganz so optimal eingestellt. Zum Desktopaufnahmen ist das Programm perfekt geeignet. Ich werde jetzt gleich auch direkt weiter aufnehmen. Ich habe hier nachher noch ein, noch ein Desktop-Video, was ich machen werde. Und ich werde danach jetzt gleich einmal wechseln, noch zu LS. Aber dazu später mehr. Ich bedanke mich in meinem Namen schon mal für das, ja, es war angenehm, in Ordnung. Es ist alles super gelaufen, ein paar Sachen haben nicht so funktioniert, wie wir uns gedacht haben. Minecraft leider nicht, das sollte eigentlich noch länger gehen, das geht aktuell leider nicht weiter. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.